Musik Hau, ab, au, ab, au, ab, au, ab Und dann auch ein bisschen zuhören müssen Auch die Cuando kabordet Deutlich Schauen Sie Wenn Sie Kraft fressen Wenn Sie die Kraft müssen einfach mal einsetzen, zuzuladen, dann könnte man ja auch was sagen, und dort habe ich gesagt, dass es mit uns kein Abkommen geben wird, bei dem der Kakao-Vorpommern, der Umweltschutz, der Räste Woche reden wir noch mal drüber. Ihr Arbeitstag hat heute aber nicht in Düsseldorf gewonnen, sondern in Berlin mit der Feierstunde vor 65 Jahren, ich habe es umgesetzt, in Kraft getreten, irgendwie war die Feierstunde, das ist Wahnsinn. Das habe ich auch zu gerne durch Deutschland rausgekommen. Das hätten auch immer Leute hergekommen, ich kann nicht viel sagen, aber Herr Laschet, ich will sagen, er bleibt jetzt nicht mehr im Rheinland, sondern nicht mehr jung. Er hat mit seinen Ideen für Europa, die in seiner Mannschaft Deutschland vertreten, dass er mit diesem Rheinland ist dabei, hier im Rheinland, in der Kakao-Vorpommern. Er hat mit seiner Mannschaft natürlich nicht mehr im Rheinland, in der Kakao-Vorpommern, in der Kakao-Vorpommern, in der Kakao-Vorpommern, in der Kapitänzungsrichtlinie, in der Kakao-Vorpommern, in der Kakao-Vorpommern, in der Kakao-Vorpommern. Wir haben gerade, als wir alle auf dem Weg hier her waren, einen Haufen Kühner gesehen, die am Rupert-Präter bestimmt reise Stolz aufgefahren sind. Wir haben heute gestanden eine sehr tolerante Stadt, das ist für die Angereizten da noch nicht ganz genau, aber das stört uns nicht weiter. Wir haben eine zahlreiche internationale Unternehmens in dieser Stadt. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Die größte Auslage von Digitalen Europas, eine wachsende chinesische Gemeinde, große chinesische Gemeinde, eine internationale Schule und eine französische Schule, die japanische Schule. Also das Leben miteinander ist ganz normal und wenn wir hier in den Brauhäusern zusammenstehen, Hau ab! 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 Immer wieder begegnet einem Versatz, wir brauchen mehr Europa im Großen und weniger Europa im Kleinen. Was heißt das für mich? Ja, das heißt, jetzt waren wir unterwegs. Ich behalte in besonders guter Erinnerung, die in Südbaden haben wir einen deutsch- und syrischen Weiteren-Aufzeit gemacht, der mal sehr harmonisch, der Teil schon gut abgeschnitten hat. Und vor allen Dingen freuen wir uns, dass die Antieuropäer in den Niederlanden, die den Durchmarsch nicht angetreten haben. Unsere niederländischen Freunde haben für Europa geschnitten. Und das ist J gimmall. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau! Hau ab! 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 Wir sind die Partei von Bruno Hasenau und von Angela Merkel. Viele Menschen haben uns gemeinsam Europa mitgewirkt. Sie haben uns besonders frischeebuchte unterbrechen. Viele kennen uns vor den eigenen Hupsen aus. Hau! Hau ab! 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 Hau! 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 Wir wissen, dass ein vereintes Europa Blablabla! Wir haben 40 Stunden und wir sind voller Optimismus und voller Entschlossenheit, diesen Wahlsieg am Kontakt einzufahren. Wir kämpfen vor allen Dingen für drei Punkte. Erstens, wir wollen ein wirtschaftlich starkes Europa. Eine europäische Ruhe des Landes, die die Fängste wieder rütteln, die er zu werden. Und dafür brauchen wir Strukturen, die wir in Europa für mehr wirtschaftliches Wachstum und das Landsetzen, damit die Anwalt der Kranke überall auf der Kranke verfolgen. Zweitens, wir US-Demokraten kämpfen für ein stabiles Europa. Was sagen wir in Europa, gehören auch ein stabiler Euro als unsere gemeinsame Regierung. Der Euro ist für uns mehr als meine gemeinsame Euro. Er ist ein politisches Krieg. Europa steht am Sonntag vor einer Riefungsentscheidung. Es geht darum, ob wir groß sein, um Europa gestärkt aus der Krise zu führen, oder ob wir wieder die Fehler machen, die zu den Problemen der Vergangenheit geführt haben. Ja, nicht wieder CDU wählen! Das waren die Fehler der Vergangenheit! Wir kämpfen gemeinsam darum, dass Deutschland erfolgreich in Europa ist. Dafür stehen die Europakandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen mit Hermann Treuen an der Spitze. Dafür steht unser europäischer Spitzenkandidat Frankfurt Juncker. Und dafür steht unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Stark ist Deutschland! Stark ist Europa! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir haben eine starke, wirtschaftlich starke, eine prosperierende, eine internationale, eine weltoffene, eine tolerante. Die Stadt Düsseldorf ist seit 2007 wirtschaftlich schuldenfrei. Wir haben den Fünfer! Wir haben den Fünfer! Das ist die Grundlage des gesamten Handelns und kein Selbstzweck. Das sind Investitionen, die wir in die Infrastruktur, aber vor allen Dingen in die Menschen in dieser Stadt investieren. Und изменieren! Hübler! 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 Wir investieren acht Millionen Euro in Familien und Soziales jedes Jahr. Die resultado des Ges痛ens ist sicherlich. Die Schuldenfreiheit ist das, was uns die Kraft gibt, diese Investitionen zu tätigen. Und wenn der Kandidat der SPD hier auftritt und die Schuldenfreiheit zur Disposition stellt für unsinnige Vorschläge, meine Damen und Herren, da kann ich Ihnen nur sagen, Wachstum auf Schulden hat es nie gegeben. Wachstum auf Schulden wird das nicht geben, das wird er nie begreifen. Meine Damen und Herren, wir treten an, am Sonntag, dass nicht hier in Düsseldorf nichts passiert, dass wir werden lassen, wir dürfen das nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und wohin Schulden führen, das sieht man im Landorten Westfalen, man kann nicht die Schwachen, Starken nehmen, man die Starken schwächt, eine Gleichmacherei, die alle nach unten zieht, ist der falsche Weg, und wir werden uns mit allen Mitteln like nicht wehren, mit Düsseldorf an der Spitze mit 59 Seiten. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist toll, ich bin nicht mein Freund. Ein wichtiger Tag, wir haben das eben gehört, der 23. Mai, der 65. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland, und wir wollen hier in Nordrhein-Westfalen diesen Tag im Rheinland mit uns verbringen. Noch einmal herzlich willkommen, wie wir da drüben dürfen. Sie besucht in diesem Balkan jedes Bundesland einmal, aber noch kann es gerade besucht, sie zweimal, auch wenn man das geht, die auch in der CDU, die auch in der CDU. Aber das wird eher aus, Grund in Deckung zu geben, damit die gute Entwicklung weitergeht, die diese Stadt hat. Düsseldorf ist für viele Vorbild. Düsseldorf ist mein Schwestern-Tiergang-Western. Die Niederlande haben schon gewählt. Und es ist ein ganz gutes Ergebnis, dass die Rehospopulisten... Die Rehospopulisten... ...ein Grundgesetz... ...ein Grundgesetz... ...ein Grundgesetz... ...ein Grundgesetz... ...weil Merkel zum Hütterberg schon hat. ...eine erfolgreiche Entwicklung haben. Was darf man denn? Das Jahr 2040 ist ja sowieso ein Gedächtjahr... ...erster Hunger. Wurde erstmal nachgesehen. Vor 100 Jahren war das ganze Erste Weltkrieg. Es gibt CDU-Mitglieder in 103. Die haben in diesem Jahr den 100. gewonnen. Und wenn ich denen schreibe, gratuliere... ...suchen wir mal daran denken, in welchem Jahr diese Menschen geworden sind. Die ersten vier Jahre ging es vor um die Frage, ob der Vater wieder von der Front zurückkommt. Hat man denn was zu ändern? Was ist wenn er das versteht? Was ist wenn er das versteht? Das ist ein Krieg. Ja. Ja. Ja.